Das tut mir wirklich schrecklich leid, Sam, aber wir mussten das ganze Segment streichen. Im Buchvertrag gibt es nicht mehr. Mein Buch wird wahrscheinlich veröffentlicht. Also ich habe bald Abgabe. Ich brauch so ein bisschen Ruhe. Ich wollte fragen, ob ich den Schlüssel für Lanza Rota haben kann. Ach ja? Alles okay? Ja, warum? Mann, meinst du, du bist obdachlos? What? What the fuck? Hat sie es vermietet? Papa? Ihr könnt mich doch nicht so erschrecken. Was machst du hier? Schieß Wachteln. Die scheißen mir den Pool voll die Mistfiecher. Haha. What the fuck? Du, ich wollte dir nur sagen, dass wir mit dem Hausverkauf nicht einverstanden sind. Wir? Werde noch? Ja. Hallo? Er hat Mama gesagt, dass wir hier sind. Ich glaube, ich habe noch nie was gegessen, was du gekauft hast. Das hätte man besser putzen müssen. Ich freue mich jedenfalls, dass wir mal alle hier wieder zusammen sind in unserem Haus. Morgen seid ihr raus. Ich hab's. Wenn der Rest nur halb so gut ist, wird es ein Bestseller. Wow. Wow. Gratuliere. Hast du etwa das Gras unserer Tochter geklaut? Haha. Warum hast du es uns eigentlich nicht gesagt, dass du es verkaufen willst? Irgendwer muss sich drum kümmern und ihr macht das ja wohl nicht. Du wolltest ja unbedingt das Sorgerecht. Gut gemacht. Du kommst nicht nach 15 Jahren hierher und kritisierst meine Erziehung, du Vollidiot. Das ist bei euch aber auch immer super kompliziert.